Drei, Zwo, Eins Warte Nein Moin Leute, herzlich willkommen zurück bei Trouble in Terroristown. Heute mit dabei Good Gaming Hallo Crabs Hallo McFly Moin Moin Anne Hallo Dalu Goro Bai Moin Moin Early Dalu Strater Und Kapuzenwurm Yeah Yeah, Anne dabei Mach die Planken kaputt Oh, ich bin der Detektiv Sind alle brav, meine Leute Hör lieber Gehen sie über die Planke Hey Oh 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 Die Planke Hey stopp, ich hab doch nur die Planke kaputt gemacht Du hast ihn denn nun getötet Ich hab ihn doch nicht getötet, der ist doch immer gefrummt Achso, er läuft, er läuft Oh, hier explodiert alles So, da gab ein Baby McFly ist doch traiter, da hat doch ein Baby geflogen Irgendeiner hat mich angeschossen, nur noch 50 Oder hat die Traitorfalle ausgelöst McFly kann fliegen Irgendeiner hat die Traitorfalle ausgelöst, hat nur noch 50 Ich bin oben auf dem Ballon drauf Ich hab Gedrinkt einer Was machst du da Kapuze? Dalu hat auf Kapuze geschossen Ich hab, er ist doch voll Ich hab 50 HP, Leutin Du hast auf mich geschossen Ich hab das alle gesehen 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 Wie viel HP hast du Kapuze? Jetzt hab ich nur noch 25 Ich hab nur noch 25 Ich hab nur runtergeschossen Ich hab nur runtergeschossen Warte, hat Erli dann das heilend Sniper? Ja, genau Der hat eine andere Waffe in der Hand Was mach ich denn? Wow, ich hab eine Waffe in der Hand Oh Gott, das ist super recht Oh! Oh! Hey, 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 Anne Dalu identifizieren Dalu identifizieren Confirm ihn! Friendship! Wo ist der Beam? Wo? 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 Aus dem Ballon Aber der ist so nurig Der hat keinen getötet Es ist ein Ballon Warum wackelt die Map? Was ist passiert? Der Friendship Ach, Ogoro Der Friendship Kapuze Dalu ist es jedenfalls Was ist los? Was ist hier? Granz, du bist drauf Ich hab doch Dalu verpetzt vorhin Achso, ihr stimmt Deswegen ja Außerdem, wenn wir es wären, müssten wir es ankündigen Steht in den Regeln Hast du den Newsletter nicht gelesen? Wie kommen wir runter, Granz? Weiß nicht Wie kommen wir auf das andere Schifte? Ach, da oben Da oben? Ja, wie kommen wir rauf? Hey, hey, hey Das ist ne gute Frage Au Hey, hey, hey Okay, hier, hier, hier Ey, ey, es ist Good Gaming Ist Good Gaming ist es doch auch, oder was? Nein, kann ich gar nicht sein Nein Auf die Planke Auf die Planke mit dir, du Lump Da drüben ist Early Early war's doch Nein, Dalu, wo ist der hin? Ich hänge fest Leute, wir haben doch zwei Trainers Äh, Krabs, versuch mal Soll ich's sagen? Aber dann weiß man Einmal versuch mal den Prop des Geyser Vielleicht Wo ist der? Wo ist der? Das Geyser Oh, Mensch Dann ist es Krabs Wie hast du das geschafft? Ich bin du in Traitor-Raum rein Aber Dalu ist gestorben Ich will nicht mehr Ich hab Dalu gekillt Ich will nicht mehr Ich will nicht mehr Ich hab Dalu gekillt Dann ist es Krabsche Babs Oh, die haben meine Fake-Leiche gefunden Ey, Leute Ich bin tot, ich bin ruhig Ja, geil Da ist Early, Early Er muss auf deinem Chief sein Er muss auf deinem Chief sein, Early Ja, muss auch Ja, muss auch Wir haben Angst Ah, Baba Early ist es nicht Early Ja Hol ihn, hol ihn Oh Gott, ich hab Schaden gekriegt Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, was ist hier? Oh, hinter uns alle Was ist das? Was ist das? Was ist das? Was ist das hier? Was ist das? Was ist denn jetzt? Was ist das im Dalu? Wo ist das, was ist das denn jetzt? Boah Nein, das überlebst du nicht Da hinten hat er denn Da hinten hat er denn Oh Gott Oh, da unten Oh, was ist das passiert? Wo sind die denn? Da drüben wird geschossen Nein Gehen bei Trän, Singen Ich seh die nicht Krabs Crap? 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 Ja klar, es ist Crap. Crap ist es, ja, schüss! Ich glaub nicht, dass es Crap ist. Ich bin weg! Crap, es ist weg! Moment, ich hab ne Disco. Hier. Hä, wie kommt man denn auf die Mittelebene? Nein! Ich verstehe das auch nicht! Moment, Dalu lebt jetzt noch, ist aber trotzdem als Confirmed Dad. Wie hat er das denn hingeführt? Ich bin tot, ich musste nur reden, weil sonst der andere festgesteckt hätte. Wer ist da drin in dem Video? Ich glaube, das glaube ich irgendwie. Ich bin im Kreis gerettet. Da ist keiner mehr dabei. Also ich bin hier nicht mehr, hab nen Teleporter benutzt. Ja, ja, ja! Wer hat nen Prop, das Geyser, da ist er doch. Oh, ist er! Verdammt, Alter! Ist er denn die Schüsse? Ja! Ah ja, endlich, den Lump! Hey, hey, hey! Ich wollte erstmal alles testen. Aber du willst, dass das funktioniert? Ja, genau. Kannst du sein, dass ihr auf Apuletot was gesprochen habt? Ich musste reden! Ja, ihr musste reden! Crap war der andere Traitor und steckt in der Decke fest, wegen dem Teleporter. Und ich hatte jetzt die Idee gehabt, mit dem Prop Disguiser, dass du da rauskommst, weil du kannst dich damit auch durch Decken teleportieren. Oh, die Planke! Die Planke des Todes! Auf die Planke, Anna! Die Planke, Anna! 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 Oh Gott, ihr habt sie getötet! Oh, das ist Preparing. Noch kann ich rüber, oder wird trotzdem Karma abgefohlen. Oh Gott! Ah, wer ist auf der Brücke gelandet und hat die Brücke kaputt gemacht? Hörl, die war! Mit seinem Hintern, ey! Das hat eine Arschbombe gelassen! Ich kann dich nicht kaputt! Das ist die ganz komische Map, ist so... Team Blau gegen Team Grün Kanonen Team Jacob Oh, sie entern uns Wir werden geentern Nee, schade, kann man nicht abfeuern Da, Guru war ja uns geentern Das ist ja der ICC Luftschimpf-Kampf Oh, wir haben einen gediscot Early Boys Down Wer hat die Disco... Good Gaming Hast du mir deinen täglichen Kill gemacht? Ich habe eine Plasma-Granate in der Hand Die kann es nicht gewesen sein Den Rage-Kill Korobei Laden sie die Kanonen Ey, Korobei, du Arsch Das kann nicht Korobei gewesen sein Dann muss es ein Doppelgänger sein Korobei, du Arsch Das verbiete ich mir Aber Grenz läuft als Grenz rum Das bedeutet, wir haben gerade keinen Doppelgänger Hey, wer hat hier auf mir Wer hat auf mir geschossen? Werde geschossen haben Wer schießt hier in diesem Spiel? Welcher, also U-Tour 2 Wer wird geschossen haben? Nils wird geschossen haben Wenigstens korrekte Grammatik, danke Ich komme dann jetzt da rüber Ich bin ein bisschen verdächtig hier drüber Ich enter sie jetzt Ich enter jetzt blau So, ich bin auf blau Hi, willkommen Was kann ich für sie tun? Ich habe euch geentert Ich habe jetzt gewonnen Ich habe jetzt noch gebrochen Zieh deinen Säbel Wie dein Säbel Wer hat da Brand auf... Ja, Kapuze, ja Nein, 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 ich brenne Oh, Kapuze, ja, Kapuze Irgendwer hat mich abgefackelt Ich bin oben rum, Anne Ich bin oben rum, Anne Ja, das brennt, das habe ich gesehen Und dann hast du auf mich gezielt Ja, weil ich dachte du bist der, der das auf mich geschossen hat Warum nicht? Ich weiß nicht, das ist sehr verdächtig Es fing in dem Moment zum Brennen an Als du auf mich auf mich standest Wenn man hier, circa so hier da steht Und Hoda guckt Ist das wirklich so ausgeht? Ich habe eine Dispo aufs andere Dach werfen wollen Aber ich habe leider nicht getroffen Anne hat nichts in der Hand Anne ist es Sie hat gerade Platz gemacht Mach dir Anne weg Wenn wir es sehen Wenn wir es sehen Ich muss erst mal was wegwerfen Für den Bulldozer Der Bulldozer kommt gleich Ah, der ist ja tot Und McFly? Ja? 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 Bin ich auch noch unsicher, ob ich Traitor bin oder nicht Ja, und Anne macht sich aus dem Staub Kann ich mich nicht lesen Ist es die, Anne? Ich kenne mich auch noch Aber der ist es da noch gewesen Ich kenne fest Sind alle zwei Traitor oder nicht? Jetzt hat sie eine Sword-Off auf einmal Ja Hab ich mich gekauft? Ja, ich lebe noch Und die Anne ist da Warum sind alle so leise? Es ist irgendwie nicht so das wirkliche TTT-Feeling Irgendwie tot Aber woher? Man weiß nicht mehr Tod ist alles drunter gefallt Ja, aber ich kenne mich Ich will es einfach Grants, sag mal Grants 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 Warte Warte Crabs Lebst du noch? Wohl nicht Oder Crabs Je nachdem wir mal Was ist da drinnen, ne? Warte, ich zeig's dir Warte, ich zeig's dir Don't do it Bin ich Ja Warte Dann ist er da da oben Danke Danke hoch Ich dachte ich werde denn sterben oder so Ne, ne, ist keine Pfanne Da kann man nur Leute einsperren Hallo? Nein Danke lieber Anne Gut Gaming Wollte ich nur für mich alleine haben, weißt du? Ja, das versteh ich Versteh ich Versteh ich Versteh ich auch Ja, ja, kein Random Kill Kein Random Kill Oh, ja Wem warst du wirklich so? Ich hab Grenzen getötet Wieso identifizierst du ihn und sagst dann kein Random Kill Das heißt, du warst so nicht sicher Ja, er hat Max und Also McFly umgebracht Das wär eigentlich auch in Ordnung gegangen, aber Nichts, was mir nicht als Random Kill angelegt werden könnte Ich hab jetzt übrigens eine Silent Sniper Wundet euch nicht Ja, 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 ja Die Person, die die Kill zufällig ein Traitor ist, weißt du doch nicht, dass es kein Random Nein, das war ich zufällig Ach, Random Kill ist doch eh so ein dehnbarer Begriff Es gibt eigentlich keine Random Kills Ja, Anna, kaputze, ihr könnt euch dolieren dann Warum wir? Was? Warte, ich bin allein mit deiner auf Das ist verrückt Nils, Nils ist es nicht Ich bin es auch nicht Joi, Joi, das ist Nils Warte, okay, Early Okay, Anna stirbt in 3, 2, 1 Nein, 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 warte, 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 warte Wieso, ich bin Inno, aber wieso Wieso hat Kapuze sich verdrückt jetzt hier? Warte mal, Early Boy ist auch tot, oder was? Äh Weil alle, die im Scoreboard tot sind Early Boy hat bestimmt irgendwie geschrieben Ich hab übrigens den Silent Sniper, weil ich die von Grenzen hab Ist der nicht schon ganz am Anfang gestorben? Da hat er getrunken Da hat er getrunken Ja, stimmt, Early Boy ist ganz am Anfang gestorben, du hast recht Und was ist mit Dalu Card? Dalu hat sich vielleicht hinterher geschmissen oder so, weil der redet auch nicht mehr Ja, gut, das muss ja nichts heißen Ja, dann müssten es tatsächlich du oder Kapuze sein Ja, dann ist es Kapuze Warum? Nee, nee, nee Ja, dann töt den von mir aus Okay, Kapuze, 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 Hilfe, Hilfe Okay Wo seid ihr? Hab ich Raku sah was, ey, von mir aus, ey Ja, warum ist es zu klein für diese ganzen Patronen? Early, äh Wer hat die Disco geworfen auf das Schiff? Das war ich Ah ne, nicht die Disco, ich hab die Brandtabrik Gorobe hat mich geschubst, ey Ich hab dich geschubst Gorobe hat mich geschubst An den Kanonen, ey Ich wollte gucken, ob die Luft rein ist Und dann hat mich was geschubst Das war ich ja nicht Ist der Boom Buddy gar nicht hochgegangen? Vielleicht war das ein Traitor? Nee, nee Nein, nein, es war dieser selbe komische Bug, der auch schon mal bei Mahf bei Dolls war Und bei mir auf der Rutsche eben Auf der Rutsche? Ja, genau, es wird dasselbe gewesen sein Ja, ja, ich stand auf dem Rand und auf einmal fällt sich zur Seite weg hier Oh, made my face Der Tag ist gekommen, Goro Wir kentern euch nicht Aber ich musste noch nen Namen rufen, da ich Gorobein das letztes gesehen habe Los geht's Aua Aua Oh, Early hat drauf geschossen, ich hab's gesehen Early ist es Early Ja, frei zum Abschuss Early ist frei Early ist frei Der Harder Aaaaaah Oh man Dalu Dalu Dalu, ey What? Dalu, ey Wo ist Dalu denn gelandet? Ich glaube, er ist tot Ich glaube, er außerhalb der Matt Ich geh zu einem anderen Ball Hier hat jemand eine sort of Hilfe Die sterben die Aldi, ja komisch auf dieser Map Oh, 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 oh Was ist du? Nee, Backfly war's nicht Er ist der Detective Early ist tot Oh, nein Warte mal Er ist ein Detective noch am Leben Dann lebe ich noch wieder Ja, Backfly ist es Äh, Backfly lebt noch Backfly, du musst rüber Wenn ich da rüberkommen würde Nee, von oben, von oben, von oben Ey, da oben bist du doch, Krabs Ja, ich bin da Was ist das hier? Ist das ne Grant? Kamera, oder? Weil er möchte nicht davor stehen Falls er mich jetzt schießt Dann... Grant, schieß einfach Auf wen? Auf dich? Auf den Krabs Auf dich selbst Er ist nämlich ein Böser Was ist das hier eigentlich für ne Schieß einmal bitte auf mich Mit der Pistole Kapuze Ich bin hier gefangen auf der Seite Wie soll ich denn rüberkommen? Ja, weil du zielst so böse daher Ja, was soll ich denn machen? Nichts in die Hand nehmen? Das ist richtig Ja, warte Oh, oh, was ist das? Oh, der Plasma Wow Was war das? Hallo Hi Warte mal, ich könnte hochkleinern rüber gehen Ja Ey, Grant, warum bist du da rüberkommen? Ich glaube, Anna ist es Nein, ich bin das nicht Wie bist du da reingekommen in dem Ballon, Anna? Du musst da runterhüpfen Nein Und dann hier rüber Ich muss ihn jetzt runterhüpfen Ja, ich weiß ja nicht Du musst auf das Grüne oben drauf und dann runter und dann hier Du? Wo kommst du denn her? Christy darf mich Ja Du musst dann hoch, die Leitern und dann hier rein Schieß doch Au! Hahaha Wer hat geschossen hier? Was ist hier passiert? Grant hat auf mich eingeschlagen und dann hat das Ding auf mich auf ihn geschossen Hehehe Das Irgendwo hier war die Anna Hey, wie Anna ist es? Hallo, ich bin hier drauf hier Anna ist wieder da Anna ist da Wo ist die, Anna? Wo ist die? Irgendwer Schnippert 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 Ich hab auf den Ballon geschossen Go, ich hab den Schneeball für dich Oh, das war, ey Ja Sinke Kapuze hat mich mit der Dings abgemacht Bist du tot? Nein, oder? Lass mal, oder was? Bist du tot? Ich hoffe nicht Ach Quatsch, der ist nicht Nein, ich lebe noch Okay, gut Hast du grad gesnipert, Nils? Ich hab doch gar nicht geschossen Hat der Grenzen nicht versteckt? Aber ich hab grad einen Rifle-Schuss gehört auf jeden Fall Der kam aber nicht von mir, ich hab eine Explosion gehört Guck mal, wer da Ganz schön frech Falle, Anna Du hast doch grad schon wieder geschossen Nein, ich hab nicht geschossen Wer schießt du da die ganze Zeit? Ey, Grant Natürlich hast du nicht geschossen Ja, warum? Weil der Turm auf mich geschossen hat Ich hab nicht geschossen Achso Das ist ja ein bisschen doof, ne? Aber das heißt, du bist safe, Kapuze übrigens, ne? Warum? Ja, weil sonst hätte der Turm nicht auf mich geschossen, wenn du Traitor wärst Achso, achso Weiß ich gar nicht Ah, echt? Ja, ja Hast du grade meine? Ach cool Hast du grade meine? Oh, McFly oder Goro? Äh, die Goro oder Anne, oder? Das ist ja mal frech Dann ist es Anne Nee, nee, nee Nils lebt noch Ich hab Goro getötet grad Nils hat's gesehen, er hat mit drauf geschossen Ich hab grad Goro beigetragen Ich hab grad Goro beigetragen Ich hab grad Goro beigetragen Ach, schade Loll Kapuze, ey Kapuze, ey Kapuze, ey Vor dir wird das Ding gezogen Kapuze, du bist echt blind Du wusstest nicht, du wusstest nicht, was das war für dich? Nee, pass auf Der hatte erst die Waffe in der Hand, dann kommt das Der hatte die Taube in der Hand gehabt Vorher, auf der anderen Seite, als du oben auf dem Ballon warst, hat er mich noch gekillt Das hat aber niemand gesehen Goro beigetragen Goro beigetragen Echt? Ja Ich hab's aus deiner Sicht gesehen Goro Vorne, hinten, links, rechts und stehen bleiben Kannst du so ein Fitness-Video damit hochladen, ey So ein Zumba-Kurs Zumba-Film Wie ich einfach alle Traitor-Fallen hier angemacht hab Was sind das für Traitor-Fallen hier? Ballons explodieren lassen Na super Und die Kanonen von dem Schiff unten kann man aktivieren Die Kanonen und den Ballon und auf Ich hab auf Kapuze geslifert und nicht getroffen Das hab ich auch gesehen Die ganze Zeit Na guck Kapuze Hast du Mario geschossen? Das war early Das hab ich aber auch gesehen Good Gaming geht da weg, alle weg von Good Gaming Wer ist da jetzt? Ich lande Was? Entschuldigung Wer ist denn da jetzt? Landung, Leute! Oh, Grenzen Was tut mir leid Ich hab... Ich belebe ihn gleich wieder Grenzen Ich belebe dich gleich wieder Ich bring dich erstmal zur Crew Der schottern ja nicht mehr Ich hab gesagt, geh weg von Nils Er war ja nicht bei mir Und warum überhaupt geweckt von Nils? Weil ich da landen wollte Auf mir oder was? Hallo, geh geh weg Ich brauch... Hallo Ich guck nur zu Ja, ich kann ihn doch nicht wieder beleben Ich muss erst einen Traitor kennen Bist du einer? Auf die Plange mit dir Auf die Plange mit dir Ja Das heißt das jetzt ja? Ist der Traitor tot? Kapuze lebt jedenfalls noch Ja Kapuze ist der Traitor Komm, der ist der Brüche ist der Traitor Das war so... Ich sag auf die Plange Geh da runter, Amel Da ist ein Traitor Ja, Kapuze ist der Nein Ja, dein Kleiner Nein, ich bin nur weggelaufen Weil das... Du bist der andere da oben Nein Du hast gewartet bis ich auf den Ball... Nein Du hast gewartet bis ich auf den Ballon... Du hast gewartet bis ich auf den Ballon gehe Die ganze Zeit, die ich unterwegs bin Ab ich gerade runtergekommen Bring die Leiche rüber, Anel Bring sie an Deck Warte Da unten, meine Leiche nicht mehr hängt Ist Nils frei zum Abschluss Du hast sie jetzt in den Ball geworfen Ja Natürlich Du sollst mir den bringen Damit ich Credits bekomme, du Pfeife Ist Early noch am Leben? Ja Aber der war's, ne? Early wollte gerade... Nö, träum weiter Bleib da hinten Die Leiche war schon vorher da Hier, noch die letzten Brücken kaputt waren Hey, wer schießt noch auf mich? Das war ein Diegelschuss auf jeden Fall Das war da, du Wollte Gramps noch wieder am Leben Tut mir leid Hey Das Anne ist tot Wer war denn das jetzt? Alle Ich würde mal schätzen, du Hey AWP? Nein, Dalu AWP Disco Oh, die liegt auf dem Schiff Ich habe Angst um mein Leben Was willst du hier? Hier ist Early Boy Ist er es jetzt oder nicht? Hä? Dalu? Lebst du noch? Ich wundere mich schon, ey Dalu ist es jetzt Early oder nicht? Ich glaube Dalu ist gerade vom Schiff gefallen Dalu? Dalu? Das haben wir jetzt nicht mehr so viele Das wäre aber ziemlich schlecht von Dalu Also es wird mich wundern Dann müssen wir uns jetzt in so ein Dreieck stellen Und dann so ein, so ein, hier So ein Rona Max, Max, Max Standoff Sind es nur wir drei oder was? Warte mal Also ne, einer von euch muss Traitor sein Komm, wir zählen Ja, ich weiß Ich vermute, dass es Early ist Und ich vermute, dass es Early ist Ja, ich bin's nämlich nicht Dann vermute ich es auch Ihr könnt ja mal mal ein Duell machen Warum soll ich denn sein? Ich hab keinen Bock mehr Es gibt nur eine Möglichkeit, das rauszufinden, ne? Ich kann das noch Ah ne, okay, Gott sei Dank Er legt noch Ach Gott, ey Dalu, warst du denn jetzt Early? Ehrlich, ich bin der Meinung, es ist Early Ja, ja, aber da siehst du das nämlich auch Unten links steht Traitor bei dir Und du wolltest den Ballon explodieren lassen, als ich drauf springen wollte Wollte ich überhaupt Wieso soll ich den explodieren lassen? Ich hab's doch gesehen, du hast doch schon fast E gedrückt Ich hab drauf geguckt, wer da steht Weil du da standst Ich kam gerade von oben in dem Moment Ich hab da gerade einen Zwischenstopp gemacht, um zu gucken, was abgeht Sag mal, liegen hier auch noch irgendwo vernünftige Waffen? Kauf du doch eine Wie? C, und dann sind einige bei Passiert leider nichts, wenn ich C drücke Ja, ja Closive Landing Oh Gott Hallo Hier seid's doch eben vorhin wahr Kommt man da eigentlich so rüber? Lebend Warte, wir haben eine Schlagseite Anne liegt noch drauf Oh, was ist das alles explodiert? Anne hat alle Kanonen kaputt gemacht Schade Er war das Nein, ich war's nicht Du warst das Soll ich das gewesen sein? Ich wär fast mit explodiert Aber du bist nicht mit explodiert Oh Gott Gibt's mir neue Waffen? Geh weg von mir! Nein! Oh sorry, das war jetzt keine Absicht Doch was, total Crap zielt auf mich Crap ist auf mich zu ziehen Natürlich ziel ich auf dich Ja toll, jetzt hat er sich so ne Schnellfeuerwaffe Dagegen kann ich nix machen mit meiner Schlüpper Oh Gott Soll ich ihn wegmuxen? Ich hab ne Schott gar nicht Ich mox ich live weg Dalu, da hab ich Nein Early, jetzt mach doch was Warum soll ich immer alles machen? Du bist Traitor Guck mal, Crap steht am Ballon Du musst E drücken Ey, ist das eigentlich so Ja, reiß es da aus Ja, reiß es da aus Man, ich hab so guten Plan Und der Schild hat sich gut Die Gogo ist hinabgetaucht Kapuze Ist okay Early, verzeih dir Da flog die Fliege mit Das war gut Ich springe auf diesen wunderschönen Ballon Und du sprengst ihn einfach in die Luft Und schreist dann noch Oh nö Ja Nein Boah Ich wollte die haben, du Hund Ey Leute, wann startet die nächste Runde? Habt ihr einen Timer? 18 18 17 Bis zur nächsten Runde? Seid ihr im Pairing? Oh, dann hab ich nen Bug Den Ja, hab ich auch manchmal Ich schau mal, ob ich neues war Ne Ansonsten wird das glaub ich nix mehr Crap Hihihi Wolltest du die Sword of? Ja, wollte ich Geht das doch eigentlich Geh ich noch eine Sag mal bitte Bescheid, wenns los geht Geht los Geht los Okay, dann müssen wir gleich neu starten Dann müssen wir Cut machen Warum? Du darfst nicht mit dem PhD-Flopper ins Nichts springen Ich lebe nämlich anscheinend noch und du startet nicht neu Ich lade die Map eben neu Ja genau, ich bin immer noch im Zuschauer-Modus Ich war grad Detective-Wahn, das hätte so schön werden können Okay, wir starten jetzt neu Bye zum nächsten Mal